Mr. Grand Prix will es nochmal wissen. Ralf Siegel nimmt übermorgen am deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests teil. Er hat für Laura Pinsky einen Song geschrieben. Den Moment, als sie die Zusage für den Vorentscheid bekam, wird er nie vergessen. Ich hab wirklich so fast ins Handy geblieben. Wir sind dabei. Siegel hat schon 19 Mal am Eurovision Song Contest teilgenommen. Mit Laura arbeitet er seit drei Jahren zusammen. Er wurde auf sie aufmerksam, als sie 2012 beim Supertalent mitmachte.